Hier entsteht sie am Newsdesk die OV gedruckt und natürlich auch digital. Und welche Möglichkeiten ihr habt im Einzelverkauf digital, denn uns gibt es nicht nur am Kiosk, sondern auch im digitalen Kiosk. Das zeige ich euch jetzt. Ganz einfach als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de einfach auf Einzelausgaben klicken, passende Ausgabe auswählen, per Paypal bezahlen und wenige Sekunden später auf eurem PC. Die aktuelle Ausgabe der Ollenburgischen Volkszeitung. Die OV digital als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de im App Store für iOS und Google Play.